Hallo und herzlich willkommen YouTube Willkommen zu meinem Unboxing vom MZXT Phantom 410 in Weiß Ich würde sagen, ich zeige es euch gerade mal von draußen Oder wie das von außen aussieht Also gerade eben bekommen, es hat drei 5,25 Zoll Laufwerke Sechs, 3,5 und sieben Slots hinten Um Grafikkarten und so einzubauen Dann hier Front, hat es einen 120mm Lüfter Hinten sind nochmal zwei Stück Aber ich zeige es euch nachher, ist euch scheißegal Was hier eigentlich drauf steht, nichts interessantes Zwei Jahre Garantie, ist normal Dann hier diesen Abbrille in allen möglichen Sprachen Ist auch nichts interessantes, mit Wasserkühlung Was ich mir wahrscheinlich auch umbauen werde Und dann hier seht ihr das Sehr sexy USB 3.0 Ja, aber das zeige ich euch jetzt gleich Also ich mache jetzt kurz Stopp und packe das ganze Ding aus So Leute, willkommen zurück nach 5 Minuten Alles auseinanderpacken und hier die Seitenwände abmontieren Habe ich es geschafft Wie ihr sehen könnt, hier das Gehäuse Komme ich gerade mal dazu Also hier die eine Seitenwand Komplett in weiß, schön Aus Metall hier Andere kann man nur 120mm, 140mm anbringen Und hier noch ein Windows, war mir sehr wichtig Es gibt nämlich noch den größeren Phantom V820 oder so Kostet 140€ Wollte halt Windows, sonst hätte ich mir den gekauft Dann hier die Front Die ihr sehen könnt, wenn man hier drauf drückt Was jetzt leider nicht Ah doch jetzt geht das Teil hier auf Und dann sind hier die 3 5,25 Zoll Schlitze Und dann noch NZXT, sehr schön Phantom 410, finde ich sehr schön Hier, das wird ihr wahrscheinlich nicht sehen Aber ist auch egal Dann hier unten die Lüftschlitze Für den Lüfter hier vorne Wie gesagt, ich glaube das ist ein 120mm Dann hier die Das ganze Gehäuse Man braucht keine Schrauben für das ganze Gehäuse Soweit ich weiß Hier eben 3, die 5,25 Zoll Schlitze Die Dingerbumsel Hier oben ist noch einer drin Und da ist auch dann Platz für den 240mm Rator Bei der Frontio, was ich auch so schön finde Bei meinen alten Phantom 820 Blue Weiß der Geier War das hier vorne, dann war das immer mit dem Kabel Und weiß der Geier, ein bisschen beschissen Hier Lüftersteuerung Einkanalig 2x USB 3.0 Muss natürlich auch die Kamera da drauf halten 2x USB 2.0 Und eben Mikrofon Ein- und Ausgang Power Knopf und Power and Reset Scheißdreck LED Beleuchtung Hier auch nochmal wie ich gerade was sehe Sehr schön Kabelführung kann man auch sehr gut machen Wie ihr sehen könnt hier die Aussparung Für Dinge nochmal anzubringen Hier Backblades Beim Mainboard Das Netzteil wird unten angebracht Bei meinem alten Modell das hier oben angebracht War ziemlich scheiße Zu montieren auch Dann hier wie ihr sehen könnt Schön Lüfter Oder Kabelmanagement Führung Hier Haben wir noch Vier Laufwerkschlitz Oder Vier Vier 3,5 Zoll Und 2,5 Zoll Kann man ganz einfach rausziehen Hier ist es dann für längere Grafikkarten Ist dann geeignet Hier könnte man Wenn man wollte Noch ein Lüfters rein machen Wo ich aber auch keinen Bock habe Weil ich nur Ein Lauf Eine Festplatte habe Jetzt ist hier noch was drin Was ich leider nicht hinausbekommen Warum auch immer Da sind halt so Zusatzteile drin Ist auch egal Hier die ganzen Scheißdreck Die Frontpanelanschlüsse Und ja Und hier USB 3.0 Ne Ein Molexanschluss Wahrscheinlich für die Lüfter Hier USB 3.0 Und Lüfteranschlüsse Nochmal hier 2 3 Polig natürlich Und eben Ich glaube Ich hoffe Ich habe alles erwähnt Wenn nicht Habe ich gelitten Oder habt ihr gelitten Ich hoffe Euch hat es gefallen Ich bin raus Bis zum nächsten Mal Ciao mit V Jo Leute Willkommen nochmal zurück Ich habe es jetzt gerade herausgefunden Das muss man hinten ernehmen Und zwar hier Die Anleitung noch Sollte man sich Deutsch lesen Bevor man anfängt Besonders für mich als Anfänger Müsste man sich das halt Das mal anlesen Hier Schöne chinesisch Ja Sehr schön Werde ich können Kann ich mit euch lesen Hier noch so andere Kram Schrauben Abstandhalter Hoffe ich Dass da unten Abstandhalter dabei sind Weil ich habe keine mehr Muss man mal schauen Aber vermutlich Sollte eine Abstandhalter drin sein Denn bei meinem Mainboard War ja keine dabei Hier wie ihr seht Sie sehen können Kabelbinden Auch sehr schön Und in dieser Box Wo das drin war Ist sonst nichts mehr drin Also ich habe jetzt alles Wenn es euch gefallen hat Bewerten Wenn nicht Ist auch scheißegal Ich bin raus Bis zum nächsten Mal Ciao mit V Bis zum nächsten Mal